Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power. Heute erfährst du, wie du eine kleine Nachricht bei Hochfahren unter Windows einzeigen lässt. Wie das geht, bleibt dran. Um diese Nachricht anzuzeigen, ist eine Änderung in der Registry nötig. Ihr startet die Registry, indem ihr die Tastenkomponation Windows plus R drückt und Regit eingibt. Bevor wir aber jetzt hier weitermachen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr eine Sicherung der Registry macht. Klickt auf Datei und exportieren. Sollte was schief laufen, könnt ihr immer noch die ganze Registry importieren. So, jetzt klicken wir nacheinander hier drauf, bis ihr die zwei Dateien findet. Bei diesen Dateien könnt ihr jetzt euren eigenen Text eingeben. Ich habe das schon gemacht, wie ihr schon seht. Auf diese Datei hier klickt ihr doppelt drauf und gibt hier unten Überschrift. So, dann macht ihr die Klickte auf OK und der Text doppelt klicken. Jetzt habe ich so lieblich drauf geschrieben, aber ist OK. Aber ihr habt das schon verstanden. Und mit OK hat sich die Sache erledigt. Und wenn ihr Windows jetzt das nächste Mal hochfährt, bekommt ihr diese schöne Nachricht. So, das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Danke und bis bald.